Super Ben, super. Weiter, 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 weiter. Einkaufen bei Ikea. Und da soll man ja sagen, Manu ist keine Pascherin, ne? Äh, hallo? Ja. Lässt das so arme Kind dir durch Ikea schieben. Ben, ist Mama schwer? Ja, ne? Ist Mama ein Übergewicht? Hat er nicht geantwortet? Ne, das ist auch nicht stimmt. Da willst du rum? Ja, weil er am Fernsehen. Achso.